die Gäste die Gäste der Armee Nr das ist nicht klar und er ist mehr die EFAC die Fichte ich alle in den Eier bei mir ist bei ihr abgekackt ja steht da bei mir aber ich kann glaube ich immer noch 90 ich habe die Punkte nicht egal aber ein bisschen oder da ich mich egal die Gäste die Gäste so was der Perfekt was sie hat die Bewerbungen er habe ich mache jetzt hier so aufnahm viel zu verhindern die Bewerber der ja egal viel Glück mehr da ist auch wenn die Blanke das ist ein Teil der Bewerbungen die Schildkröte Stolz sie werden wenn ich schätze die Nase wenn es wurde er in der Klinik überholt die mehr gewähren in den Land der Berichter doch 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 nicht nicht auch noch zu sagen ich bin die Stimme auch über Warte die die aber auch ohne L die die aber mit dem wir sehen allerdings an diesem Beispiel das ist der Bupi genau Mütter weiß ja mal gut wie Lp Lp nicht gut ja oder 17 Abonnenten 17 erst ja erst hab ich vorgestern geguckt mehr jetzt ja kommen der DORG der beste Gott im Haus oh mein Gott die DORG 10 Stunden lang ach ich stehst aber bei mir Möhh komm 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 los geht einfach mal ach du Hund neuner hat er dann ein neun ich will doch nach hinten viel besser als in dieser Situation aber im Konto abgeprallt Scheiße Scheiße nein A und die haben die denn für so ein Pecher ein Glück nicht recht wir haben er wird hier er hat er Arten und die Kinder das macht er ganz sicher genau der es war gut abgeblockt die Flanke Schenke im Mittelfeld wo sie sich die Beispiele der Allerwachsenen der Welt möglichkeit und der Zoll in der Zähne es gibt er hätte ich vorgewacht eingehen woher gehe ich nicht rein und probiert ja und sollte das ein Torschuss gewesen sein, dann war es einer der ungefährlicheren aber lauf schon mit lauf doch mit ja klarer Fall, klarer Fall klarer Fall, das ist magisch magisch Tor dieser Rückstand, er tut weh, denn jetzt sind ihre auf ui, das ist ein geiler Toyo wow, wachen wir habt ihr mal gegen uns mal gespielt? das weiß ich nicht, kann sein hey, das gesagt kann sein muss man aber nicht ah ja, irgendwie, irgendwie kenne ich euch ja das interessiert mich überhaupt nicht, aber die können mich erhören, die die Schuhschauer die Community, die Karne, was die angucken ein verter Mann oder oder ein Ausländer oder ja, keine Ahnung ist so so die mich nicht verstehen ja egal, gibt es auch einen Untertitel die auch mich nicht verstehen weil ich angeblich in Fall so bin ja, komm, du wichser ich bin traurig ja, eigentlich ich bin traurig komm kann sein, sagt der mpk popenloch ne, passt ja nicht nl warte pk popen kochen 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 neue Spieler kochen und popen naja, ja, 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 schön, 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 das brauchen wir als soweit ernst ja, was macht der hier und gibt es zurück guck mal ey, guck mal, also ein fetter Klaus, alter fetter Klaus Klaus Klaus, Alter ja der Fall die sind stärker, die können was aber nichts im Kopf haben die wie das wir, wir haben was im Kopf guck, sag guck mal hier, sag, sag na, der ist nicht, aber der nimmt er den einfach mal nicht an oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation wo mal ja eh tja, läuft ja ja, mach mal Kopfball mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit nochmal oh supergut oh oh das war jetzt aber hier wotten bock nein, verboten auseinander gehen nicht, ob der Baumeister die wegen wo im Kindergarten ok ja, ja, okay aber trotzdem geil ob der Baumeister neue Ernahme ich glaube ich bin in den Kindergarten das guckt er bestimmt privat noch an ach ich habe eine Sammlung von Bob der Baumeister meine Kinder meine Kinder dürfen das nicht meine Kinder dürfen das nicht angucken das finde es nicht so so was von ausgeglichen hat habe ich lange nicht mehr gesehen ich verstehe ich wo mich die Schreiber am Ende FC wo machen die nicht FC irgendwas dass keiner den ersten Bock schießen will die Tummel sieht wie Nani aus Tummelfee Tummelfee ach heißt du so wer wollte dass ich das weiß Judi ah ok ein Rassist auch noch sag mal 88er Schirmer und 90 Tatoein, also genauso wie wir ey die sind Klone ohja ja ohja ohja ich spiele in den heutigen Folgen scheiße das muss man sagen Guck mal keiner gibt sich mal Chandler das ist schon mal ein Wunder das ist schon mal ein Wunder ich bin der wahre Chandler ja ist so da gibt es nur Ronaldo und so scheiß Messi und so behindert ok nicht scheiß Messi aber du hast es gemacht muss okay äh du drückst du drückst da kommt noch mal so die Scheiße wenn ich unter Kontrolle super ja aber das war natürlich wenn ich vor Schuss hätte dann hätte es klappt ich habe ja aber du auch mit Schuss alles habe ich mich nicht und vier Stück durch ich bin jetzt das ja Tor Röö 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 Rö Rö geht ins Leben ein Bett und die Rö 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 ja ich bin gar nichts gar nichts die Faschenung Rö durchgetrunken ja ja das war jetzt nicht schon mal noch mal gut so macht er mehr ich habe einmal drauf gedrückt der Gitter mit zurückpasst aber du hast irgendwas gemacht langsam kann er sich den Ball zurechtlegen den muss er jetzt nur noch reinbringen und der Angriff ist erst mal gestoppt ich glaube da in der Mitte dann nicht ja da gibt es jetzt gibt es richtigen Pass und versammelt Jungs was macht die Füße da recht ich dachte ihr seid Profis wir sind die Versagerung eigentlich was die denken ne denkste ihr seid Versager und wir sind die Champions in er er hat er hat man müssen das sind Arbitzer ich dachte ich ich bin mal ja ja aber ein Ballbesitz kommt oder jetzt hat er verletzt als hätte er sich gezeigt wird dezidiert nein ja schön das das ist schön das öfter Versuch Versuch ach bist du der Bob der Waumeister das also ich heiße ich nicht heißt Schindler mit Mö 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 okay das ist jetzt nicht ich bin immer noch verletzt aber jetzt nicht mehr muss ich alles richtig gemacht ich bin ich bin in die Juden dann haben muss das Kindersatz das ist ein ein das ist ein Spiel und Oho das war ein Versuch aber der ist nur wirklich in die Hose gegangen ich bin ja mit dem Außenrist immerhin wir sehen allerdings an diesem Beispiel dass es nicht ganz so einfach ist oh man hä was macht der Schiedsrichter das müssen wir mal erklären Robi schon wieder verletzt bin Tor schön aber war nicht gezielt ich glaube der guckt gerne Pop der Baumeister bitte nicht die Kommentare dass ich auch Pop der Baumeister angucken bitte nicht da sage ich einfach nein nach dem Geld die Kürtel über viele wer viele sehr viele fassen fühlst soll ich sehr viel oder Schatten ein Kunde was ihr mit dem guckt das nicht mehr sehr ich hatte eh nichts das ist es ist nicht und klar diese Flanke verarbeiten wenn sie das Spiel immer noch der Aufstieg schon nur wenn ich glaube den Juden verlieren wir jetzt könnte es gefährlich war jetzt nix weil ich weiß nicht nur nicht jetzt wird wird sein Tomat ja bis jetzt kommt und erst recht spannend wird die Schlussphase Mann Ehe das kann nicht sein wirklich nicht auf manche müssen wir gewinnen das müssen könnten ja jetzt hat es noch ein bisschen rum ja jetzt hat es noch ein bisschen rum wir haben hier rum zum Torwart ja so es ist jetzt nicht mehr lange zu spielen und vielleicht bringt jetzt dieser Eckball die Vorentscheidung was für eine Merke Achtung das war schon mutig sich in diesen Ball reinzuwerfen Rennen jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit Oha Junge Achtung Ich fang zum Abseits Hey ich fang gar nicht abseits doch können Sie mit dieser Ecke den Ausgleich schafft ja ok von euch unser Tor war das mit draußen Tor Häh mach die doch rein mach die doch rein mach die doch rein Oh du Wichser du Wichser das kann nicht wahr sein Häh ich war Abseits Schlussresultat das müssen wir gucken Jungs das müssen wir gucken das kann nicht sein Saison Abseits ein Rückschlag für diesen Fall ja das kann ich nicht sehen das ist doch verhindern man kann da glaube ich von einem kleinen Durchhänger sprechen wenn das Abseits wäre Jungs also ich hab ich hab gar keinen gesehen ich hab da kein Abseits gesehen oder ich hab da kein Abseits gesehen ja egal Jungs also bis zum nächsten Mal zu pro ja jetzt ja 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 ja